Moin Moin und hallo zu HL Sports Weekly Nummer 24. Mein Name ist Roland Kenzel und ich habe heute folgende Themen für euch. Der MTV Lübeck hat in der Jugendhandball-Bundesliga den ersten Sieg in der Zwischenrunde erreicht. Herzlichen Glückwunsch von hier aus. Dann haben wir wieder das Thema Gewalt. Davon gab es dieses Wochenende nicht ganz so viel. Das ist gut. Und wir haben Sportakrobatik. Bleibt dran. Schaut euch das Video zum Ende an. Jetzt geht's los. Wir starten mit Handball und gehen durch die drei höchsten Ligen, die wir bei uns hier betreuen. Nämlich der VfL Lübeck-Shawler hat verloren in Hüttenberg. Und der steht jetzt auf Platz 12 in der zweiten Bundesliga. Und das erreichte Ziel, ein einstelliger Tabellenplatz, das ist natürlich zu erreichen, ist ganz klar. Und das möchte Piotr Lübecki auch machen, der Trainer, der keinen neuen Vertrag bei den Tigern bekommen wird. Der neue Trainer steht schon fest. Ihr habt es bei uns gelesen. Ja, und da muss man einfach mal auch fragen, woran lag es denn, dass der Vertrag nicht verlängert wurde? Woran liegt es, dass der VfL auf Platz 12 ist? Ein Aufstieg in die Bundesliga ist so weit wie der Mond entfernt. Meine persönliche Meinung ist, es fehlt an Substanz in der Mannschaft und vor allem an finanziellen Mitteln. Das ist so, das muss man so sagen. Und da sind wir gespannt, wie der neue Trainer in der neuen Saison damit umgeht und ob es vielleicht besser wird. Dangegen ist man bei der HSG Ostsee richtig gut aufgestellt. Die haben am Wochenende wiedergewonnen, sind Platz 5 in der dritten Liga und die Strukturen greifen dort. Also da macht es richtig Spaß bei den Ost-Holsteinern. Mal schauen, was sie sich noch so einfallen lassen. Wir haben gehört, zwei Neuankümmlinge, zwei Neuzugänge sind noch geplant. Und zwar vor dem nächsten Heimspiel in zwei Wochen. Nein, in drei Wochen, glaube ich. Schaut bei uns nach. Wir werden darüber berichten. Wir bleiben für euch dran bei HL Sports. Und auch richtig gute Laune gab es bei der A-Jugend des MTV Lübeck einer Jugendhandball-Bundesliga. Die haben einen Heimsieg eingefahren. Super, das waren die ersten Punkte in der Zwischenrunde gegen den TSV Altenhagen-Hepen. So heißt der Verein. Und was Linus Ärgerich dazu bei uns gesagt hat, das schauen wir uns jetzt an. Super, Jungs, weiter so. Ja, also ich denke, wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen. Haben uns dann irgendwann mit 5 Tonnen abgesetzt. Und es war richtig gut, richtig gute Stimmung auch in der Halle. Und in der zweiten Halbzeit sind wir natürlich ein bisschen rangekommen. Aber ich glaube, dann haben wir richtig gut als Team uns wieder weggearbeitet. Und das war, glaube ich, richtig gut. Keine Gewalt an diesem Wochenende. Hurra! Ja, ich habe gestern wirklich durchgeschnauft. Auch in der Redaktion waren wir glücklich und zufrieden, dass es keine Spielerbrüche gab. Keine Gewaltausbrüche, zumindest nicht von denen wir irgendetwas wussten. Also ein großes Lob an alle, dass ihr euch zusammengerissen habt. Das war in den vergangenen Wochen einfach grausam. Und für zwei wird es sogar noch viel grausamer. Die Gewalttäter aus der Kreisliga aus Tolstein, die vor ein paar Wochen richtig drüber waren, die haben jetzt eine Sperre bekommen. Da hat das Kreisgericht vom Kreisfußballverband aus Tolstein ein Statement gesetzt. Der eine wurde zwei Jahre gesperrt, der andere ein Jahr. Und aus meiner Sicht absolut richtig. Die können jetzt ein bisschen nachdenken. Den Verletzten geht es nach unseren Informationen wieder besser. Und die können auch bald wieder spielen. Aber die anderen beiden, die dürfen erstmal richtig pausieren. Und einer ist sogar aus dem Verein geflogen. Habt ihr alles bei uns gelesen? Ja, was ihr diese Woche noch sehen könnt, ist ein Interview mit der Polizei. Und zwar mit dem Pressesprecher Uli Fritz Gerlach. Der hat sich Zeit für uns genommen. Und da haben wir mal so gefragt, was passiert überhaupt so von strafrechtlicher Seite, wenn ich eine Schlägerei auf dem Sportplatz habe, da einen umhaue? Da gibt es eine rote Karte. Vielleicht. Und aber wenn die Polizei kommt, dann gibt es eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung oder wegen Körperverletzung. Ja, die Nummer geht noch weiter. Und da hat uns Uli Fritz Gerlach Auskunft zu erteilt. Und dieses Video dauert nicht lange. Geht so ungefähr sieben Minuten. Das könnt ihr euch Mitte der Woche bei uns angucken. Und hier schauen wir schon mal rein mit einem kleinen Ausschnitt. Für uns von der Polizei ist es insoweit bedeutet, wir haben hier eine Straftat, die vorliegt. Und wenn diese angezeigt wird, dann wird die entsprechend auch konsequent verfolgt. Das sind Körperverletzungsdelikte, Bedrohungsdelikte, Beleidigungsdelikte. Und diese Anzeige wird gefertigt, zur weiteren Prüfung an die Staatsanwaltschaft weitergereicht. Und ein Richter entscheidet schlussendlich, was für eine Strafe derjenige dafür bekommt. Und ich beschreibe mal so eine Situation. Ich habe zwei Spieler auf dem Platz, die gemeinschaftlich jemanden auf dem Sportplatz schlagen. Da sind wir im Bereich von einer gefährlichen Körperverletzung. Und da liegt das Strafmaß, laut Gesetzestext, von sechs Monaten tatsächlich bis zehn Jahren im schlimmsten Fall. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz besonders Tollem, nämlich Sportakrobatik. Der Turn- und Akrobatikverein Selbstdorf war nach anderthalb Jahren mal wieder auf einem Turnier in Warnemünde. Und hat da richtig abgeräumt. Die beiden Trainerinnen, ich muss jetzt mal gucken, Cindy Öldorp und Beate Speiser waren richtig stolz auf ihre Jungs und Mädels. Nämlich auf Linus Hackert, Melina Ewert, Piet Neumann, Naila Ahrens und das Paar Melina Ewert und Christa Hudemann. Die haben fünfmal Gold geholt in ihren Disziplinen. Die haben alle ihre Altersklassen gewonnen. Und dann gab es noch eine Silbermedaille dazu. Die hat nämlich Leisel Hackert bekommen. Und da sagen wir von HL Sports herzlichen Glückwunsch. Total toll. Und fand ich heute ganz wichtig, einfach mal auch so eine Randsportart bei uns in den Fokus zu rücken. Das kommt hier oftmals viel zu selten. Aber ihr wisst ja, ihr dürft uns eure Sachen schicken. Und wir gucken uns das dann und veröffentlichen das dann. Also schöne Grüße nach Selmsdorf und macht weiter so. Das war es dann für diese Woche von HL Sports Weekly und mir. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Montag hoffentlich. Und ihr wisst ja unter der Woche auf jeden Fall www.hlsports.de gucken. Da findet ihr immer ganz viele Informationen zu dem Sport aus der Region und dem Profisport natürlich aus dem Norden. Ich sage Tschüss, ciao, ciao, bleibt gesund, bis den Sinn. Und ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja.